weiter geht's mit assassin's creed 4 black flag und ich habe mich einfach mal entschieden wir werden uns mal ein bisschen prügeln jetzt wo ich weiß was es mit den tavernen auf sich hat werde ich die mir mal alle holen weil wir haben glaube ich drei weitere tavernen hier zu beischalten wow gregg die gregg gregg ich habe mich nicht an k m m m m m das kann ich eigentlich machen ja ich kann trinken aber wie sieht das aus wenn er sich was einstreckt wie wenig ist das denn und C cool ich glaube da gibt es irgendwie ein Tiefen oder sowas wenn man genug trinkt oder sowas irgendwas war da habe ich gelesen trunken sein und so trinken wir erstmal so ein bisschen was das wird auf jeden Fall ein interessanter Bad wenn wir nicht mal geradeaus laufen können also am Geld soll es ja nicht mangeln also Edward der kann schon gut was wegstecken Filmriss genau wie bin ich denn hier gelandet Fünf Gläser rumtrinken wieso Hölle bin ich hier gelandet Filmriss 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 Ah Apropos alles hier Weniger Literatur und Waffenhine Ich möchte gerne ein bisschen einkaufen. Ambit ist so dafür wenig. Kunstgegenstände. Oh, das ist hier sogar was wert. Das sind ja sogar einiges wert. Und da wurde ich doch einfach mal rausgehauen, ey. Steam, ich hasse dich. Weniger Schaden und mehr Geschwindigkeit und mehr Kombo. Nehmen wir mal neue Schwerter. Bisschen Abwechslung hier. Krummsäbel. Pistolen. Irgendwie nix gescheites. Ach, kauf mal was im Arm ist. Kauf für's Willen. Auch nur damit ich sie habe. Wie viele meine Kanonenlaufpistolen haben. Buenos Dias. Espero que esté bien. Ja, ha, 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 ha. Ich will dir kein Wort von dem, was du sagst. Oh, hab ich hier noch einen Auftrag, oder? Scheint so. sowas aber auch auf meinem in meinem vor ist einer das können wir nicht so stehen lassen dass da jemand in meinem vor ist man hält mich nicht einfach von der seite an wenn mir das klar ist und er lebt noch ich habe sogar das knick umgedreht wieso lebt er noch ich kann er noch leben wie kann er noch leben ja man hat knacken gehört wie wo was ich will hat sogar knacken gehört Ich kann ja noch leben. Will mich prügeln! Oh. Alter! Ihr habt mich zuerst geschubst. Oh. Ernsthaft mal, ey. Ich sterfe mal hier, die Nerven haben mich zu schubsen. Globsackt. Ich kann dir die Bluthunde vom Hals halten, Käpt'n. Ich kann dir die Bluthunde vom Hals halten, Käpt'n. Was macht ihr hier in meinem Fohr? Na, was macht ihr in meinem Fohr? Ja. Tengo un Disparo, claro. Tengo, was machst du da? Tengo, was macht ihr hier in meinem Fohr? Tengo, was habt ihr hier in meinem Fohr gemacht? Das ist mein Fohr. Tag. Deswegen darf ich noch in die Luft jagen. Ja, diesmal traue ich mir das zu. Näh. Stimmt doch gar nicht. Käpt'n ist am Rüder. Ich habe nur so ein ganz kleines bisschen gesucht. Ich erinn mich doch quasi gar nicht. Es ist so geil, wenn man einfach mal OP ist und alles machen kann. Ich will noch mehr OP werden mit meinem Schiff hier. Ich will eigentlich diese legendären Schiffe außen nehmen. Onscreen natürlich. Dafür brauche ich erstmal alle Verbesserungen. Dafür brauche ich erstmal die Pläne. Darin müssen wir vorankommen. Was habt ihr denn putziges? Was habt ihr denn putziges? Was habt ihr denn putziges? Was habt ihr für putzige kleine Schiffe? Mehr als eines, das sehe ich selber. Die Marssegel ein. Warte jetzt gerade, was ist es? Mehr Segel, alle Segel. Steuerbord, treibt gut. An die Schurken. Sieht wie Beute aus. Ich versuche gerade festzustellen, womit ich es hier zu tun habe. Ich sehe nichts. Ich ziehe noch mehr von diesen kleinen Dingern. Da brauche ich doch keine schöne Mörsermonie verschwenden. Feuer! Es hat schon mehr als einen Gegner treffen, Sir. Verfluchte Augen. Brahm und Marssegel festzurren. Bereit zu schießen. Feuer! 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 Sie bricht auseinander! Komm her! Kanonenfutter. Yeah, ich habe 500 Crewmitglieder. Feuer! Nicht als Salzwasser! Feuer! Da ist sie am schlechten, Captain! Sie sind nicht allein, Sir. Sie sind bei zwei und drei. Na und? Aber auch keine Herausforderung. Solange nichts größeres ist, da ist alles zu Kanonenbeutel. Oh, jetzt kommen sie mit Bricks und so. Feuer! Ja! Halte Sicherheit ab! Warten auf dein Zeichen! Weitere feindliche Segel! Feuer! Feuer! Ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Da sind sie am empfindlichsten! Da sind sie am empfindlichsten! Kurzer Hölle! Konzenten! Feuer! Ja! Ha ha! Pass auf den Elben! Ich seht zwar nicht viel, aber... Feuer! Zum versenken reicht's. Feuer! Na zum Entern auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Feuer! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ich tue mal alle versenken hier. Ich tue mal alle versenken hier. Pass auf den Ellbogen auf! Die brauche ich nicht. Auf den letzten Blick ist es sogar selber fertig geworden. Aber naja, ist auch ne Fagate! Und jetzt ist sie weg! Ja! Hokuspokus verschwindibus! Sag ich da nur. Gelb ist immer ein gutes Zeichen. Gelb heißt, ich hab überall alles abgeschlossen was da ist. Dann gehen wir mal zu Mystery Island, um das für Bonus-Content. Oh, drei Verbündete und eine gegnerische Fregatte. Ob die Fregatte das nicht viel zu lachen hat? Hm. Lass meine Verbündeten in Ruhe. Cliff? Cliff? Wer hat das Cliff dahin gestellt? Wer hat dieses Cliff dahin gestellt? Ich hab was dagegen gefahren. Uncool. Wäre aber auch Treibgut, wenn man Schiffe entern kann. Hey, was ist das im Nebel? Sieht aus wie ein Schiff. Oh nö. Oh nö. Ist das... Ja, ein legendäres Schiff. Ein Geisterschiff. Ei, von den Toten erweckt, um uns zu versenken. Nein? Schiff? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will nur zum Mystery Island. Geh erst den Block frei und dann pack richtig an. In den legendären Schiffen will ich mich nur nicht anlegen. Erst wenn ich voll abgegratet bin, würde ich das machen. Ja. Bloß weg von diesem Schiff. Ich hab echt Angst, dass mich das Ding versenkt, ey. Scheiße. Scheiße. Ja. Was ist denn das? Kapitänfilmentour? Oh, Jaguar-Pelz! Mehr Gesundheit! Mehr Gesundheit! Doch noch zwei Jaguar. Kann ich mit meiner Montur herstellen. Und mehr Leben. 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 Hättchen! Ich will aber Jaguar. Bin nicht da, aber kann doch ruhig mal nachsehen. Hm, lecker essen! Du brauchst es ja dann nicht mehr. Hehehehehehe Mann, da bekomme ich Hunger. Eine schöne Insel ist das hier bis jetzt. Ja. Schauen wir es uns auch beim nächsten Mal noch weiter an. Bis dahin! Bis dann! Ciao Leute! Ciao Leute! Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der Kommentare!